Sie haben unsere eigene Kollektionsschule entdeckt, wir kreuzerinnen. Ja, sehr schön. Ich hätte mich heute suchen für's Oktoberfest. Ja, das geht auch nicht gut bei euch. Für's Oktoberfest. Für's Oktoberfest. Ja, das ist ein bisschen etwas schickeres von deinem Haus, oder? Ja, aber vielleicht nicht ganz so, aber schicker. Ja, ok. Von wem her meinen Sie, waren das jetzt so gut? Was haben Sie jetzt mal von dieser Dekoration, was da drauf sind? Naupen eigentlich. Also ich finde das ganz so. Ja, super. Ja, aber man muss es vielleicht mal erzählen. Ich stelle es jetzt einfach mal vor. Ich zeige es dir einfach mal. Das war jetzt ein Titel von der Firma Werbung und Wolf. Er war ganz in schwarz, es hängt unten an einem Rock. Es hat das Kornheil auch ganz in schwarz und der Rock auch ganz in schwarz. Mit einem tollen Sandband unten abgeschlossen. Er hält ganz nette Verzierungen. Und mal den Kermee-Ausschnitt. Und da eben ein ganz weiches Sandband eingrauft. Das darf man sich nicht mal aufpassen. Sehr am Beginn. Sie hat eine paspolierte Knopffläche, ganz toll. Und die Schürze ist etwas ganz außerhalb mögliches. Sehst du das? Sie besteht aus 100% Rolle. Ist aber sehr weich dafür. Und das Heile an dieser Schürze sind eben die Pflanzen da unten. Was meinen Sie dazu? Ja, schick. Schick. Ja, ich darf ja nicht einfach mal so zum Vergleich eine andere Saison. Genau. Es war von der Firma Wenger in Rot und Grün gehalten. Es hat auch ein bisschen Farbenfroh. So auch mit Wiesen. Da können die jetzt mehr zusammenfassen. Ja, ein bisschen Farbenfrohes. Ja, ein bisschen was kräftig. Ein bisschen was Farbenfrohes. Wie gesagt, es war von der Firma Wenger. Hät auch da ein Kerzen für mögliche Orte. Ganz schön, Schatz. Das stellen wir genau wie es schaut aus. Ganz viele kleine Kerzen. Auch mit einem KW-Ausschnitt. Das Obermaterial, das 100% Polyester besteht, und die brauchen sie sich aber keine Sorgen machen, dass sie irgendwie schwitzen werden oder so. Weil innen, das war es nämlich auch 100% Baumwolle. Und das transportiert ja dann wieder die Feuchtigkeit eben nach außen. Also ist das Tragegefühl sehr ungegeben. Ist aber schnell auf der Reinigung das Leben leichter? Oder müssen alle in die Reinigung? Es müsste zwar Tragen-Schmutziges in die Reinigung, aber ich traue, wir sind ja auch jeden Tragen in die Reinigung bringen. Sie werden es einfach, wenn sie es auch gehabt haben, werden sie es einfach auf die Nacht ins Boot hängen. Und wenn sie duschen durch die ganzen Wasserdämpfe, werden die Geruchbranche schwer nach außen transportiert. Also sie brauchen sie jetzt mal eine Geruchbranche. Eine ganz toll gearbeitet für einen Aufgriff von der Schürze, ist es kein Trittausflug, sondern es ist eingelebt. Lächstes. Also Frau hat es da auch keine Sorgen genommen, dass es sich irgendwie abgelösen würde oder... Also es bleibt alles drauf. Ja, alles dran. Alles so dieses Schrauben. Genau. Und er ist schwarz. Genau, er ist in schwarz gehalten. Genau. Sollen Sie probieren es einfach mal? Es steht bis an meiner Größe 14 ungefähr? Passt. Genau. Dann habe ich gleich eine passende Bluse dazu, eine ganz ne, mit der eingestickten an der Seite und mit einem gerauchten am Ausschen und natürlich für das perfekte DLT einen DLBH. Was haben Sie denn da für Größe? Schau mal. Schau mal. Gut, von der Vorstand. Dann passt man an die DLBH. Dann erst einmal der Kabel gegeben und die DLT. So. Entscheide. So, sagen wir mal einen Schritt mal und probieren. Hallo. Sie sind hier, wenn Sie nur dabei schauen, wo wir oben werden, Sie sind irgendwo oben. Ich darf doch schon jetzt in Ordnung, weil wir mit dem Herrn schauen, wir werden sofort wieder bei Ihnen. So gern? Tja, einen Moment. Hallo, was darf ich denn tun? Das ist der Gänisch. Ja, ich hoffe, ich kann dir. Mein Freund, ja, wir haben ihn hier. Und sie kann festen, ich denke, die resten. Okay. Was kann ich für Sie? Ja, ja, ja. So, ich will show Ihnen. Vielleicht eine Skarfe. Okay. Und welcher ist es? Okay, es ist black. Es ist black. Es ist black. Okay. Ich denke, für ein Eyecatcher. Mhm. Die resten sind die Skarfe. Okay. So, es ist eine moderne Farbe. Mhm. Und ja, sie kann es auf den Schultern. Okay. Okay. So. But it's, eh. It's not water. Eh. What? It's not water. It's wet. It's wet. Almost all day. It's wet. It's wet. Sorry, but we're going to say it and describe it first. Okay. Okay, good. It's not water. Eh, I don't know, but, ehm, ehm. No, it's not water. Okay. With a umbrella. With a umbrella. Okay. What's the price? The price for the Skarfe? Mhm. It's 29,95. Okay. But it's very soft. Okay. Can you touch this? It's very soft. Okay. Is it coffee? No. It's one of them from Skarfe. Ah, okay. It's very soft. Okay. I think you want it. Love it. Okay. I'll take it. Okay. I'll bring it for you on check-out. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you. I'll take it. I'll take it first. I'll take it first. I'll take it first. Okay. So, good. We're feeling this. Yeah. That's nice. That's nice. I'll take it first. I'll take it first. I'm going to take it first. The length is also a... Or what you mean? I'll take it first. I'll take a look. Or if you want something to change? The length. Maybe it's a little more than long. But that's not a problem. We have a little bit more than a steiner. We have a steiner. We have a steiner and we have a steiner and we have a steiner. And we have a steiner and we have a decent and we have a steiner. You have a steiner and we have a great. It's amazing. It was a great problem. That's of course the price and we have a huge amount of the price. Ah, yeah. This is okay. Yeah. Yeah. Die Wiener Naht sorgt dafür, dass die Teile noch mehr in Form können. Also, dass sie so richtig schön eng alles anheben. Und gebunden habe ich die Schleiter auch nicht. Seid ihr verheiratet? Ja. Dann auf der rechten Seite, ja. Dann auf der rechten Seite ist verheiratet. Wunderschön, ja. Ist voll. Dann habe ich gesagt, rechterweil, aber es schaut sehr, sehr toll aus. Können wir sehr gut. Wie hast du jetzt der Babs? Wunderbar. Ja, toll. Für Kette. Weinen sind wir ja. Einen schönen Balkon. Na, schaut's aus. Auch die Bluse. Gefällt deine Treffen. Kannst du dir nur noch an den Zwang fallen? Ja. Ja. Sehr gerne. Moment. Schau uns her, ihr habt eine schöne Bluse dazu, auch wieder mit meinem Karriere ausstattet. Und dann setzten wir die Bluschen ab da unten. Aber die hätten mehr ausgestellt, als die die dich anhalten. Die war auch ein bisschen mehr ausgestellt. Und dann steht das genau dran. Lieber nicht. Lieber nicht. Und bei der, was das war, die war jetzt noch ... Also, obwohl ich sage, was ich für die Blustrasse hatte, weil ich sorgte jetzt einfach nur. Die hat jetzt eben diesen leichten Schimmer mit drin. Ein bisschen, ja, ein bisschen edler eigentlich. Ja. Also, vom Glanz her auch. Mhm. Nein, ich glaube, das vergleiche ich bei dir nicht. Mhm. Ja, genau. Aber, um das Outfit natürlich noch perfekt zu machen, hätte ich hier noch eine tolle Jacke. Na, schon, ich habe die Welt. So, und dann jetzt. Ja, das ist toll dazu. Ich höre mal ganz gut. Alles gut. Ich sage, ihr spiegelt es heute immer wieder. Das wäre jetzt auch eine Kaffee dazu. Ja. Das macht nichts. Ja, in der Früge ein bisschen kräftiger sein. Und dass er jetzt irgendeinem Raum ist. Ja. Und das ist aber nicht zu laut, sondern das mit uns. Na. Schön. Finde toll, ja. Finde aber ganz gut. Okay. Finde ich sehr schön. Die höre ich auch nicht. Na, aber. Bitte, ja. Ja, das ist auch sehr, sehr effizient. Wolle, also, zum Ding her. Ne, dann muss ich Wasser dann abgeben. Ja, egal. Ja. Okay. Ja, dann nehme ich die noch mit. Kann ich nicht? Kann ich dann auch nicht nachher wieder das Wasser machen? Äh, es gab ja die noch nicht. Ja, meine Damen. Ja. Danke. Danke.